Kranio-Mandibuläre Dysfunktion Mit Kranio-Mandibulärer Dysfunktion, kurz CMD, bezeichnet der Mediziner eine Fehlfunktion des Kau-Systems. Patienten mit einem CMD-Syndrom haben häufig Begleiterscheinungen in Form von migräneartigen Kopfschmerzen oder Schwindel, Tinnitus und Ohrgeräuschen sowie Muskelverspannungen oder Schmerzen im Bereich von Nacken und Rücken in Verbindung mit einer Beinlängendifferenz. Wie aber kommt es zu den Beschwerden? Unsere Kau- und Bewegungsapparate stehen in engem Kontakt zueinander, vergleichbar mit einem Zahnradgetriebe. Gerät ein Zahnrad aus der Form oder wird von außen gestört, beeinflusst das den gesamten Ablauf des Getriebes. Ähnlich verhält es sich in unserem Körper. Wenn im Mund ideale Verhältnisse herrschen, werden Zähne, Ober- und Unterkiefer, Kiefergelenk und Kaumuskulatur gleichmäßig belastet. Wird dieses Kräftegleichgewicht gestört, bleibt das nicht ohne Auswirkungen für das übrige System. Die häufigste Ursache für die Störung des Gleichgewichts ist ein falscher Biss, der durch eine Fehlstellung der Zähne ausgelöst wird. Diese Fehlverzahnung nimmt direkten Einfluss auf die Stellung des Kiefergelenks. Im gesunden Zustand sitzt der Gelenkkopf des Unterkiefers mittig in der sogenannten Gelenkpfanne. Dazwischen liegt eine Knorpelscheibe. Sie dämpft die Belastung des Gelenkkopfes bei der Bewegung. Es ist nicht selten, dass eine scheinbar optimale Zahnstellung vorliegt, der Gelenkkopf jedoch trotzdem falsch ausgerichtet ist. Die Folge dieser Fehlstellung ist eine Überbelastung des Kiefergelenks. Umgekehrt passen die Zähne bei korrekter Ausrichtung des Kiefergelenks nicht mehr richtig aufeinander. Es liegt also ein Fehlbiss vor. In der Schlussbissstellung, das heißt, wenn sich die Zähne des Unter- und Oberkiefers in direktem Kontakt befinden, wird die Gelenkstellung direkt von der Stellung der Zähne bestimmt. Durch die fehlerhafte Zahnstellung wird das Kiefergelenk beim Zubeißen also immer wieder in eine falsche Position gedrängt. Eine Fehlstellung des Kiefers kann vor allem Muskelschmerzen und Knacken im Gelenk nach sich ziehen. Zudem werden kaum Muskulatur und Kiefergelenk ständig falsch belastet und haben kaum Zeit, sich zu erholen. Dies führt dazu, dass der Gesichtsnerv, der sogenannte Nervus trigeminus, permanent Warnsignale von den Gesichtsmuskeln und Rezeptoren aus dem Bereich des Kiefergelenks in den Hirnstamm sendet. Hier befindet sich die zentrale Verarbeitungsstelle, in der die unterschiedlichsten Körperfunktionen gesteuert werden. Der Verarbeitungsbereich des Gesichtsnervs grenzt anatomisch an weitere Steuerzentren im Hirnstamm. Bei einer Überreizung kann es daher zu Projektionen in andere Körperbereiche und damit zu teilweise erheblichen Beschwerden kommen. In direkter Nähe befinden sich unter anderem die Areale, die für die Geräuschwahrnehmung verantwortlich sind. In diesem Bereich enden die Nervenfasern, die mit dem Innenohr verbunden sind. Erfolgt eine Reizprojektion auf diese Zentren, können Tinnitus- und Ohrgeräusche die Folge sein. Da das Innenohr gleichzeitig auch als Gleichgewichtsorgan dient, sind auch Schwindel- und Gleichgewichtsstörungen häufig. Eine Projektion auf Nervenzellen, die mit der Hirnhaut verbunden sind, führt nicht selten zu Verspannungskopfschmerzen oder Migräne. Im Hirnstamm erfolgt ebenfalls die Steuerung der Hals-, Nacken- und Schultermuskulatur. Kommt es in diesem Bereich zu Projektionen aus dem Bereich des Gesichtsnervs, können schmerzhafte Verspannungen der Muskulatur die Folge sein. Der Hirnstamm geht direkt in das Rückenmark über, das die gesamte Skelettmuskulatur steuert und so die Körperhaltung beeinflusst. Meldet der Hirnstamm über die Nervenfasern aus dem Rückenmark eine Störung, kommt es somit häufig zu einer Fehlsteuerung im Bereich der Skelettmuskulatur. Beim Zusammenbeißen der Zähne wird durch den Fehlbiss sehr häufig eine Muskelstörung der Kreuzdarmbeingelenke provoziert und es kommt zu einer reversiblen Beinlängendifferenz. Folgen sind Schmerzen im Rücken und in der Hüfte, im Nacken sowie in den Knien. Mithilfe einer individuell angefertigten Aufbissschiene wird beurteilt, ob eine CMD Ursache der Beschwerden ist. Ziel der Schiene ist, den Fehlbiss auszugleichen und das Kiefergelenk in seine korrekte Position zu bringen. Gelingt dies, normalisiert sich die Aktivität des Gesichtsnervs und die Beschwerden verschwinden. Nur wenn die Stellung der Zähne so verändert wird, dass auch ohne Aufbissschiene beim Zubeißen eine korrekte Stellung des Kiefergelenks besteht, bekommt man eine CMD und ihre Begleitbeschwerden dauerhaft in den Griff. Denn erst wenn das Kausystem aus eigener Kraft fehlerfrei arbeitet, kann auch der Körper in sein natürliches Gleichgewicht zurückfinden.